Fyllis, what up mate? Rebirth, I'll be back in this bitch, man. No Panzer, no normales Dovishio. Man, fellas, schlägt den Like-Button, as usual, wie die Community es tut, man, mit dem Knüppel. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert meinen Kanal. In diesem Sinne, wir jumpen trampolin-mäßig ins Gameplay rein, man, with some explosions, crazy explosions. Okay, fellas, we're back, man. Diesmal mit nur einem Bruder im Team, Alter. MW-074, Alter. Ich glaube, es ist ja auch eigentlich ein Dreier-Rebirth-Island, aber der andere Fäller hat sich mal kurz in der Lobby verpissed, wie ich. Dann dachte ich so, Rebirth-Island, hell no. Okay, come on, come on, shit, shit, shit. Und ich kriegen wir, Alter. Oh, das ist keine gute Idee, der hat mich gesehen. We need a weapon, man, we need a weapon, man. Guck mal, der folgt mir, der folgt mir, der ist hart, der ist Ding, Alter. Hey, wo ist der MW, MW, lang mal. Secure mal mein Ass, Alter, ich brauche a weapon. Feindliche Drohne über uns. Wo, 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 wo? Tschüss, tschüss. Okay. Hier, nein, was soll ich damit, Alter? F***ing Sniper, oder was? Dann können wir machen, wir zwei Sniper, Salah. Na, come, Sniper it in. Hey, das hört sich an wie so eine verkrackte Armee, die auf uns marschiert. Ey, sollen wir da rüber? MW. Ich hab's doch einen gesehen, Alter. Ich hab einen gesehen. Ich hab's doch einen gesehen. Yo. I'm speech. I'm speechless, man. Komm. Ich mach's. Geil. Okay, okay. Waffe, Waffe, Waffe. Waffe. Speech, Alter. Lädigst du meinem Freund? Rache. Bist du ein YouTuber? Äh, ja. Nein. Ja, doch. Warte mal kurz. Scheiße, scheiße. Du musst rein, mein Junge. Verdammt. Ah. Ja, Mann, ich bin YouTuber, Mann. Wenn du willst, kannst du mal meinen Kanal abchecken. Tamo, Vamo, TV. Also T-A-M-O, Vogel, V-A-M-O, TV. Dann bist du auch dabei, Mann. Okay, okay. MW, falls du das siehst, ich grüße dich. Du bist ihr Bruder gewesen, Alter. Wir haben das. Okay, fellas. Round number dos mit Patux, man. Q-Wit-X. Or something. Seid ihr bereit, fellas? Give me a hell yeah. Via Headset, wisch? Oder auch nicht, Alter. Okay, wisch. Hier geht's immer ab in diesem verkrackten Gebäude, Alter. Fing. Warte kurz, warte kurz. Der hat mich jetzt gespawret, Alter. Was soll ich machen jetzt? Huren, Söne. Ah, ja, ja, ich hab ihn, Alter. Skill, Alter. Skill, mein Freund. Skill. Aber ich fühl mich. Falls, falls ihr das gefallen, Alter. Falls ihr denkt, dass ich Skill habt, dann schlägt ihr den Like-Button nochmal, Alter. Tissue. Okay, wir brüllen uns wieder. Okay, äh, 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 äh. Brusti, wir haben einen Brusti nur, Mann. Wir wurden hier kurz gedamaged, da von diesem Lusche. Nebengrad. Okay. What to do? Wo sind meine Dinger, Alter? Der Patuxen in Q-Wit-X. Wir sind safe hier, Mann. Wir stehlen uns die Racks. Ein paar Gas-Blendgranaten. Und dann, äh, we good. Auftrag aktualisiert. Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert. Hab's irgendwie im Urin, dass wir Top 10 kommen. Fels, ich call's hier offiziell, Mann. Will ich euch meinen? Das ist halt nur die Frage, ob wir alleine in diesem verdammten Komplex hier sind, oder ob hier ein paar... Visitors, wie der Bulgare sagen würde, hier auch waren wir. Äh, ich brauche noch ein Brusti, Fels. Fels, can someone, äh, donate me, äh, Brusti? Äh, Teflon for Bra. Wisch? Ich weiß auch gar nicht, warum Infinity Ward das immer von Vierer auf Dreier auf Vierer macht. Was ist deren Mission, Alter? Fels, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare dann. Bin ich schlauer. Sterbe ich schlauer wie ich. Uh, was haben wir hier, Alter? Ein RX-Toy. Come on. Uh, das geht nicht. Jetzt haben wir dann auch nicht mehr ein Brusti, sondern zwei Crack-T7-Fels. Okay, wir haben uns hier etwas aufgebaut. Und... Alter, jetzt haben wir sogar hier eine Drohne, Alter. Will hier jemand ein crazy Deutsch-Rap-Video drehen, Alter. Tanzer, Alter, sein? Vale, 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 tío. Äh, vale, 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 hey. Español? Si, Español. Si, hola. Hola, man. Boa, geht uns abe. Wisch? Alter, wir machen das jetzt mit den Latinos, wisch? Begebt dich zum Ziel. Ja, Mann. Habt ihr gesehen? Das ist... Essential. Essential for Rausung, wisch? Tu ten stille, fellas. Ich sag's euch. You visit... Visito el YouTube... Äh... Ahora. Wisch? Jetzt grad. And the whole Español can see you. Alter, wir haben 7-6. Ja, Macher. Pitch, Mann. Fickt euch, Alter. Elender. Schau mal, alleine war der. Da hat er sich gefreut, ne? Bis Geburt. Egal. Die Los Dos sind noch in der Runde drin, deswegen kommen wir ganz gemütlich wieder rein. In 10 Sekunden Verlust. Steht ihr? Genau so macht man es halt. Äh... Haha, I'm back, Mann. Und jetzt hab ich's auf dich abgesehen, mein Freund. Mach dir hier einen auf Sniper, Alter. Jason Bourne. Komplex. Aber ich hab hier... Ich hab hier keine gute Waffe, Mann. Warte mal ganz kurz. Halt mal ganz kurz die Luft an. Wo sind wir jetzt gelandet? Ich muss zusammensticken, Mann. Das ist immer... Scheiße, ich hab meinen Totenschille verloren. Verdammt. Das wär ein Game Changer gewesen, ich sag's euch. I'm telling you. Ja, auf jeden Fall. Was kann man noch sagen, Mann? Gestern war... Also gestern Nacht war Super Bowl. Die Buccaneers. Tom Brady haben gewonnen, Alter. Überle ich mal. Das ist auf jeden Fall a living legend. Wie ich hier sage. Congratulations to Tom Brady, wech. Have a nice und... Geile Karriere gehabt, auf jeden Fall. Objekt wird gekennzeichnet. Jetzt kannst du dich mal kurz... Ha! Zur Seite legen, wech. Ne. Nach hinten legen und einfach mal das Leben genieße, Alter. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Du hast es unter die besten 25 geschafft. Nicht schlecht. Äh... Ja, fellas. Wenn ihr Super Bowl geschaut habt, Mann. Oh, ich hör jemanden. Hier. Hier ist er. Ganz gemütlich, Alter. Wenn man ein Headset hat, dann hat man einfach mal ein Headset. Was ich euch meine? Wenn ihr das mitverfolgt habt, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren, Alter. Und für wen wart ihr? Und seid ihr zufrieden? Oder weint ihr? Oder... What's the situation, wech? Okay. Das Gas nähert sich dir. Nur ein Brustier. Oh, ey. Korrekt. Hast du gerade auf Spanisch korrekt gesagt, oder? Scheiße. Ihr habt mich... Las Muertas, äh... Team-Kollegos. Wisch? No bueno. My friends. Wie sieht's hier aus? Ey, der Sniper, Mann. Sehst du? Alles gut. Alle sind in der Sicherheit. Aber wir haben eine MP. Das ist nicht gut, Mann. Das ist mit Range, wech. Wo ist der Patuxen, Alter? Baduin. Ah, Baduin. Weil man das nicht ausspricht, oder was? Wir sticken together, Mann. One Nation, one Team, wech. Komm. Parkour, Alter. Yamakasi. Okay. Oh, der Rex, Alter. Was haben wir reingesammelt? Wir haben eine crazy Sniper-Rafler reingesammelt, Mann. Von wem, von wem? Wow. Hä? Ah, vergess das. Puta. Puta de Madre be. Puta de. Scheiß, Alter. Der Rata, detrás de la Puerta. Äh, äh, Monetos, äh, Dineros. Hier, Dineros, Mann. Hier. Mach jetzt einen auf Spanischer Amigos langer. Willst du nicht? Na, Mann, ich steh'n wieder back. Was geht jetzt hier ab? Gehen wir Dinger raus? Äh, zum Legis suchen, oder? Was ist denn? Achso, sorry. Was machen wir jetzt? Machen wir jetzt Dinger? Ähm, Kisto. Gibt mir Securitus. Diese Dinger, nur noch Turbis verteilt. Gib ihm übrig. Bring es zu Ende. Du Hurensohn. Ich hab dich doch gesehen, Alter. Ich bin so ein krummer Spast. Ich muss einfach mal drei Sekunden warten, Alter. Egal, einen haben wir. Aber der... Scheiße. Scheiße. Gut. Binnen. Alle Preise wieder normal. Fuck, Allah. Ah, ich hätte beide ficken können. Verdammt. Egal. Wir warten jetzt einfach mal kurz zehn Sekunden. Ajuda, Ajuda, kommt wieder rein, Wisch. Come on. Wir sind wieder da, Alter. Was machen wir jetzt? Ho, ho, ho. Okay. Aber what's the situation, Alter, Wisch? Wir landen im Einsatzgebiet. Oh, Stück Scheiße, du Eländer. Aufgeschaltet, hol dir meine Schafrutschengewehr. Ah, ah, ah. You scare me. Okay, was machen wir jetzt? Mach mein Ding. Okay, Schaps, Schaps. I got it. Komm, mach mal hier. Oh. Bitte nicht auf dem Dach aus. Okay. Geht das? Ah, jo. Oh. Now we beware now, Wisch. Komm mal. Oh, wir sind gut, wir sind gut. Was ist hier los? Haben wir was? Schau rein, schau rein. Da tut sich was. Okay. Okay. Concentration. Oh, das war... Scheiße, verdammte Scheiße. Hier, Leute, der war da. Komm doch her, Mann. Da tut sich was. Ich schwör, da ist doch einer. Ich guck hier. Noch 10. Weiter so. Oh, wir? Alla. Du verkrackt der Fernando. Yo, guck mal hier, Alter. Tut sich was. Du. Komm. Werde hier beschwassen. Scheiße. Das Gas kommt. Was ist, Alter? Warum? Komm. Wir kriegen die, wir kriegen die. Ey, wir sind doch eigentlich zu zweit, Alter. Kontakt. Boah, das war auch hier. Gut, gut, gut. Bueno. Wir haben die Maske? Wo hast du Maske? Hier haben wir. Wir haben es gekillt, man. Ich schwöre dir. Ich finde, ich muss hier ein bisschen chillen, Alter. Wir müssen uns hier konzentrieren. Hast du eine... La Muertas Maske? Ey, wir gewinnen den Scheiß jetzt, Mann. Wir machen jetzt... Vamos! Okay, hier. Ich habe ein Geld. Top 10 gesichtet. Schnappt es euch. Ich habe ein Geld. Das Gas kommt näher. Die sind zu zweit da, ihr Fische. Zu zweit. Dos, dos. Fuck, Mann. Dann sahen die auch noch beide gleich aus, nicht? Ja, komm mal jetzt. Ich will gucken, ob die das schaffen, Alter. Plattiere Panzerabwehrmine. Uh. Ich habe Top 10 gesagt, gell? Wir sind einfach Top 5 safe jetzt gleich. Alter, wo sind die anderen? Das sind 3 Rohr zum 6. So dumm. So dumm, ey. Ich verstehe das, Mann. Hey, weh die. Hol das Ding, Alter. Hol das Ding, Alter. Okay, die ficken sich selber. Eigentlich kann der uns auch zurückholen, Mann. Ey, hol uns zurück! Ey, Ajuda, Ajuda, hol uns zurück! Zurück uns! Komm, 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 komm! Ja, ja, ja! Nein! Ja, doch, Alter! We're back in this bitch, man! Scheiße! Aber mit was für einer Waffe, Alter? Warte mal ganz kurz. Das Gas weitert sich aus. Sicherheitszone verlegt. Wir verstecken uns hier drin, Alter. Ja, 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 ja! Kontakt! We chillen! Ja, okay! Got you! Komm rein, Alter! Gib mir den Brustig! Gib mir den Brustig! Oder irgendwas! Ja! Huren! Ja! Hoho! Erster Sieg, Mann! Wow, wow, wow! What the fuck, Mann! Yes, yes! See, see! 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 Oh, Alter! Korones, Mann! Wir können uns dire Korones! In... La boca, Mann! Korones in la boca, weish! Oh, shit! Kweip! Kweip! Erstes Mal auf meinem Kanal, Lange! Wir haben gewonnen, my friends, Alter! Hey! Vamos! Wir haben alles gefickt, Alter! John Wick in this bitch, Alter! Crazy, Mann! Erster! Erster! Fellas! Primäre, Lange! Erster! Wir haben es endlich mal geschafft, Alter! Willst du euch meinen? Yes! Hey! Adios, amigos, Mann! Ihr wisst bescheid, Alter! Adios, adios, la! Hey, hey! La cocoraja! Fils! Okay! Hey! Ihr seid witness auf dem ersten Rebirth Island Win, Alter! Auf diesem motherfucking Kanal, Mann! Und wenn es euch... Ich denke mal, es hat euch definitiv gefallen! Und wie wir es auch geholt haben, Mann! Dann schlägt den Like-Button, Mann! Wie so ein verdammter Fuego! Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert ganz gemütlich meinen Kanal! Damit ihr in Zukunft weitere Siege, ja, witnessen könnt, Alter! Wie der Rumänier sagen würde! In diesem Sinne, fellas, wir sehen uns im nächsten Video, Mann! Wir sehen uns beim nächsten Mal!